Heute wollen wir das Hinterrad ausbauen. Dazu bocken wir als erstes mal das Motorrad auf. Und da fangen wir relativ weit hinten an, damit es nach vorne kippt. Wenn wir das zu weit vorne aufbocken würden, kippt es nach hinten und dann kriegen wir das Rad nicht raus. Ihr könnt auch das Ding längs machen und versuchen das komplette Motorrad hoch zu machen. Das werde ich jetzt mal probieren. So, da sieht man schon, dass das durchdreht. Das reicht mir. Und dann geht es auch los. So, ich habe jetzt das Hinterrad ein bisschen stabilisiert mit diesen Aufbauhelfern. Ich habe jetzt das Rad mit dem Keil hier unten ein bisschen nach oben fixiert, sodass ich jetzt die Achse, die hier ist, eigentlich ganz bequem rausnehmen können sollte. So, was ihr auch machen könnt, was ich jetzt nicht gemacht habe, um das leichter raus zu kriegen, ist hier diese Verstellschrauben. Und dann etwas zurückdrehen, damit ihr hier mehr Spiel habt. Das Problem ist, wenn ihr das macht, müsst ihr das nach dem Montieren wieder justieren, weil sonst euer Zahnriemen, also euer Antriebsriemen nicht richtig justiert ist und eventuell kaputt gehen würde. Wenn ich die Justierschrauben nicht verändere, kann ich das Rad normalerweise wieder einbauen und es funktioniert mit dem Antriebsriemen genauso wie vorher. So, die legen wir auf die Seite. Die Abstandshalter sind nicht weiter relevant. Die hier gucken wir uns an, ob die Beschädigung ihn hat. Briefen, sollte eigentlich gar nichts dran sein. Ein bisschen dreckig ist, dann machen wir noch sauber. Das sieht soweit okay aus. So, was ich euch empfehlen würde, damit ihr nachher nichts zueinander bringt. Ihr merkt euch, das Teil kommt auf die rechte Seite. Und wenn ihr jetzt die Bremse hier wegnehmt, auf die Seite bringt, kommt ihr gleich an diesen Abstandshalter ran. Das ist der Abstandshalter. Den können wir gleich wieder hier auffädeln, dann wisst ihr, der war auf der rechten Seite. Da ist ein Wellendichtring drin, den kriegen wir theoretisch auch noch raus, aber den lassen wir jetzt erstmal drin. Auf der anderen Seite ist auch ein Abstandshalter. Das ist der hier. Und die sind nicht identisch. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass die nachher auch wieder an die richtige Stelle kommen. Klar. Zunächst ist der Zahnriemen. Seht ihr von der Seite natürlich nicht. Da ich jetzt das Rad ein bisschen nach vorne und zur Seite geschwenkt habe, kann man jetzt den Zahnriemen schön runter machen. Dann hängt ihr euch einfach auf die Seite, damit er nicht im Weg ist. Und dann kommt das Rad schon raus. Hier hinten müsst ihr aufpassen. Jetzt müsst ihr ein bisschen fädeln. Und dann passt das. So, Rad ausgebaut. Was machen wir damit? Kugellager tauschen, würde ich sagen. Wir müssen als erstes mal den Wellendichtring entfernen. Da geht ihr hier einfach rein. Drückt da ein bisschen. Und bei so kleinen Kugellagern kommt der ruckzuck raus. Kein großes Ding. So, jetzt sehen wir hier schon die Kugellager. Auf der Seite vom Antriebsriemen sind zwei. Auf der anderen Seite ist einer. Wenn ich den jetzt hier bewege, merke ich, alle funktionieren. Bewegen sich auch. Und wenn ich ein bisschen zur Seite drücke, dann spüre ich mit dem Finger, dass es hier Stellen gibt, an denen die Kugeln im Kugellager scheuern. Das heißt, die Kugellager sind kaputt. Sobald ich merke, dass hier die Kugellager irgendwo scheuern, ist was nicht in Ordnung. Das Ein- und Ausbauen, habt ihr ja gerade gesehen, das dauert ungefähr fünf Minuten. Und es hilft euch, relativ schnell rauszufinden, ob die Kugellager defekt sind oder nicht. Wenn ihr jetzt sagt, die Kugellager sind in Ordnung, könnt ihr in fünf Minuten das Ding wieder einbauen. Schwamm drüber, alles gegessen, keine 30 Euro für neue Kugellager ausgegeben. So, ich habe das extra hier Werkzeug jetzt schon eingeführt. Das heißt, das wird hier eingeführt, einmal festgezogen und hier aufgesetzt, sodass das ja als Gegenstabilisator hilft. Und wenn ich jetzt hier oben fest ziehe, dass ich nach unten ziehe, kommt das nach oben raus. Also machen wir das mal. So, da sind die beiden Kugellager. Ja, da haben wir Späne drin. Da haben wir richtig schöne Späne drin. Also, da wundert es uns nicht, dass wir hier ein paar Probleme mit Vibrationen und schnell verschleißenden Kugellager haben. Genau hin, wo die Späne herkommen. Vielleicht kommen die nur von der Einsteckhülse. Nee, das sieht... Also ich spüre hier deutliche Riefen. So sieht das ganze Ding jetzt aus. Und wenn man ganz genau hinguckt, kann man auch die Riefen erkennen. Die sind hier. Also spüren tut man sie sehr deutlich. Und das scheint so, wenn ich das richtig spüre, wenn ich rundherum gehe, als wäre zwischen den zwei Kugellagern, die sich hier drin befinden, hätte sich so ein Grat gebildet. Als wäre das innere Kugellager nicht so stark eingepresst gewesen, wie das äußere Kugellager. So, jetzt geht es daran, die Kugellager wieder rein zu machen. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, damit ich euch besser zeigen kann, wie das geht. Und zwar, wenn ihr kein Spezialwerkzeug dafür habt, nehmt ihr einfach eine Nuss, die auf den äußeren Ring, und zwar nur den äußeren Ring von dem Kugellager passt. Das hier ist eine 27er. Ihr setzt es auf und macht ganz kleine, leichte Schläge. Das Ding sollte relativ leicht und ohne großartig Gewicht, also ihr könnt einen richtig kleinen Hammer benutzen, sollte das da richtig rein flutschen. Ich habe natürlich vorher alles sauber gemacht, ein bisschen eingefettet, damit das hier alles wieder wie neu ist. So, jetzt habt ihr es vielleicht auch gehört. Der Ton ändert sich ein bisschen, weil jetzt das Kugellager anschlägt, also ich habe hier einen Anschlag drin. Das heißt, das ist jetzt schön durchgelaufen. Bewegt sich jetzt auch nicht mehr weiter rein. Und ich spüre auch, dass alles gut läuft, alles gut geschmiert ist, so wie es sein soll. Das gleiche machen wir jetzt noch mit dem zweiten Kugellager und auf der anderen Seite. Bevor ihr auf der Seite das neue Kugellager reinmacht, vergesst natürlich die Distanzhülse nicht. Die liegt hier ganz locker drin und dann könnt ihr das Kugellager reinmachen. Und dann müsst ihr alles gut einfach reinmachen. Und dann könnt ihr euch das auch wenn ihr seid. Untertitelung des ZDF, 2020